Hallo, mein Name ist Sophia Zank, meine Schule heißt Colleges Enesista Federico Michael-Helsen. Meine Kategorie ist im Sinne Fundamental A2 und mein Text heißt, ich will mitkommen. Nach dem Mittagessen geht Kim zurück ins Zimmer. Sie packt ihren Bikini und ihr Handtuch in einen schwarzen Rucksack. Ihr kleinen Bruder Leo kommt ins Zimmer. Darf ich auch mit? Nein, du nervst. Ich kann schon schwimmen. Nein, ich möchte allein mit meiner Freundin sein. Was soll ich dann machen? Mir ist langweilig. Keine Ahnung, vielleicht spielt Papa mit dir. Kim nimmt ihren Rucksack und geht zur Garage. Hier steht ihr neues rotes Fahrrad. Sie wohnt in der Rattenaustraße direkt im Zentrum von Erfurt. Sie braucht 30 Minuten zum Schwimmbad. Kim ist im Schwimmclub und trainiert montags und mittwochs nach der Schule. Heute ist der letzte Ferientag und morgen beginnt wieder das Training. Letztes Jahr war sie zwei Wochen in ein Feriencamp und hat die Prüfung zum Rettungsschwimmerin gemacht. Das war anstrengend, aber es hat großen Spaß gemacht. Pünktlich um 14 Uhr ist sie am Stottenheimer Schwimmbad und trifft ihre Freundin am Eingang. Hallo Marie, wie geht es dir? Nicht so gut. Ich habe Stress mit meinen Eltern. Ich soll für Mathe lernen und morgen Schule. Ich helfe dir heute Abend. Was meinst du? Komm, wir gehen zu den Jungs. Aus Ein Sommer mit Überraschung, Angelika Allmann, Kletter Verlag. Dankeschön. Musik 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 Musik